Bonzu, wawobuchachos! Peace und eure Nüsse seien gekrault! Super nice, dass wir einschalten zu Rainbow Six D! Rangt heute unterwegs auf Fortress, zusammen mit Mabossa, OP-Killer und Nugget. Hallihallo! Hasele, Toyota Mitsubishi, Tamagotchi. Wir bräuchten einen Kite, wir bräuchten einen Kite, wir bräuchten einen Kite. Warum brauchen wir einen Kite? Ja, aber Pools! Kite, Kite, Kite. Hä, wir sind oben, warum brauchen wir einen Kite? Jaaa. Auf das Bedroom. Keine Ahnung. Oh, sexy Ella. Open Gates, äh! Bra, bra, bra! So, ihr kennt es ja, hier bin ich immer schön am rumpimmeln und versuch jemanden mit Sif hier umzubringen. Hat bisher ganz gut einmal geklappt. Kann auch sein zweimal. Ich glaube, in der Aufkunft ist das einmal. Echt? Schande! Schande in deinem Gesicht. Okay. Let's hit. Warte mal, was für ein Posse überhaupt ist? Ich brauch keine Ahnung. Ah, ich könnte ganz gut sagen. You have been spotted! Hier ist was unter dem Bett. Hallo! 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 Brauchen wir noch? Da brauchen wir noch. 5 seconds left. Oh, ich bin glaube ich zu langsam. Warte mal, das Telefon klingelt. Guten Tag. Interrogation! Jetzt schon? Jetzt schon? Ja. Mit Ela. Mit Ela. Ja. So haben wir oben irgendwas. Bisher sieht meine Seite komplett free aus. Woowowowowowowowow. Hier höre ich was! Hier kommt blitz bei mir oder schild oder so was. Irgendwie so ein Trash operator. Soll ich von unten gehen? Jacob, ist da was? Hier ist was, ja. Boah, ich werde getrickt! War das Jekyll? Nein Ja da ist noch einer Marvin Ja ich bin am Arsch hier Warte ich komm zu dir Vielleicht kann ich den jetzt zu dir lochen Oh er hat mich Bar Jekyll ist halb down Der Jekyll mich Oh Oh Digga wann denn Wann denn Wann denn Loll Alle 4 laufen jetzt in die End Ich wusste nicht dass der schon Onspot war Der ist schon rechts Onspot Hallo was machst du? Der ist da Wo Baby wo? Ich bin doch gerade wieder zurück gelaufen Nein nicht da lang Ich hab's nicht Man hört ihn so rechts im Raum Ich bin einfach gerade vorbei gelaufen Sehr sehr gut Leider keinen Arsch gesehen Bei mir kam keiner und der Jekyll Da bin ich einfach weggerannt Ich spiel jetzt mal Ich spiel jetzt mal Jekyll Wer hat Jekyll wahrscheinlich Deko oder so ein Deko Operator Boah Termite Irgendwas zum aufsprengen Nehmen wir Bingo und diesmal ne nehm ich nicht Bongo Dein Arschloch Dein Arschloch So Wo sind die Kollegen sind die auch oben? Und Nagit Kannst du mal bitte diese ganze Folge Deine komische Anime Stimme raushauen Wird schwierig oder? Wird schwierig oder? Halla Ey der muss mich aber über nen Ingame Jet reden Oder? Ja versuch mal Für eine Anime Stimme Anime Stimme Los 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 Seht da oben auch warm Er hat sich schon mal gemutet gefällt mir Oh ich liebe diese Stimme Ciao Lol Nein 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 Hmm Lol Unzerstörbare Wo geht ihr rein? Na ich muss jetzt erstmal den Stimmverzerre reinmachen Hat er einen oder was? Ich keine Ahnung Es ist ganz einfach Er macht einfach seinen Analplug rein Und dann Fängt er an zu quietschen Ok ich will eigentlich bei Deko Reingehen Hallo Hallo Hier war auch auf Ja das ist der Stimme Wo ich rein gehöre Da kommt jetzt schon irgendwie Loll Hier ist so eine richtige Drohnenbuchmaschine Sieht gut aus und dropp ich Ja sieht gut aus Im ersten Raum rechts ist äh nix Hier in der Nische ist auch nix Hier in der Nische ist auch nix Hier in der Ecke ist auch nix Wurde gespottet Wurde gespottet Ok hier hinten bis ganze Durchferspektier Ja also da kommen zwei Leute erst 25 AP dann ne Dann fahr ich mal nach vorne Richtung Treppe ist erstmal Die Claymord Hier rechts nochmal hin Also der Jäger Jäger hab ich erwischt Der Smoke hat noch Ehh ein Viertel Red sieht das mal clear aus Ja Dann laget er sprachlos Kapkan down Sehr schön Schön Der Legion dürfte auch ein bisschen Angefragt sein Das war erstmal eine Drohne weiter Hier sehen wir nix Stairs sind clear Da ist nix Hier dürfte wir sein Irgendwo oder? Drohne down Warum ist denn hier verstärkt? Äh Deko? Deko ist schocken Ich würde hier gerne rein Wow Ich hab die Scheiße gerade gesehen Äh Oh Kannst mich da kurz beschützen? Ich weiß Das hier irgendwo einer ist Oh fuck Ich seh nix Wo? Bei mir in der Ecke Ich hätte mein scheiß Kopfgerät ausmachen sollen Gleich rechts in der Ecke da Loll Hallo Wow war ich erschrocken Bei mir war er hier rechts in der Ecke direkt Loll? Oh So Ja hin Oh Leidere nein Leidere nein Leidere nein Leidere nein Das Ausplänen nicht so wirklich funktioniert Hätte nicht auf die offene Wand geachtet Ja du hast ja auch gegen die Wand Gegen die Tür geschlagen Mhm Hat er gehört? Hat er gehört? Mhm Ne 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 Jungs Ne 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 Dann hättest du die Türme charged Oh das stimmt Hamam 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 Ist ein guter Einwand werde ich dran denken Ja So nochmal Pult Vielleicht funktioniert jetzt ja Hamam Mein episches Play Hamam Kamera Ja Also jetzt im Ernst Ich hab zweimal auf hamam geklickt Und er hat beide Male wenn ich draufklicke Umgang zumindest zum Operator Fenster Und er hat aber beide Male haben hamam mich ausgewählt Schweinerei BTF also Hä Oder hat einer von euch nicht gepickt Ich hab doch Ich hab Ich weiß nicht was ich gepickt habe Aber ich wollte auch nach oben Ist äh Ergwürdig Hamam So Nummer 1 Drohne ist Ciao Nummer 2 Drohne ist Ciao 3 ist Down 4 ist Down 5 ist Down 5 ist Von dem ist schön 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 Ach hab ich eben gerade nur wieder eine Verletzung gemacht mit der Claymore Ey was ist denn hier los Au Hier kommt der Stachelige Stacheldraht Oh so ein Stacheldraht ey Ja Ich glaub Lobby sind nicht rein Wo bleibt deine Anime Stimme Er stachelt dir den Arschlohne Der Arschlohne Unten ok Lobby unten 2 Leute rein gekommen Warum kommen die denn nicht mehr nach oben Ich weiß das nicht Alter diese Kackmucke Habe ich ja nicht gerade schon wieder gehört Hallo War richtig schlecht geschossen Oh ja lauf rein da Geiler Muschi Rein lauf der Muschi Habe Ledge haben sie Digga Ich hatte keine Munition mehr Digga So ein easy kill eigentlich Und ich versuche mit 4 Munition sie umzubringen Alter richtig schlecht Mit 4 Munition Ist das schon vorbei oder was Ne 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 Ich hab mir gerade erst hier hoch Warum schießt der Mit Pistole Wow Alter Das ist so eine Krankheit Wer war das? Was ist denn Q? Ja da links in der Ecke Ja Cheese Prefile Eine Krallung auf dem Ecke Dass er jeden Interagieren möchte Ja Aber ich hab's geschafft mich zu retten Aber krass das Die IQ so schlecht bei und daneben geschossen hat Warte Da drüber Jetzt nur drauf sprayen müssen Ja Ich war aber es ist Rainbow Also ich kann mir gut vorstellen Wenn es dann irgendwie die Hitbox wieder verixt ist Oder sowas Vielleicht war auch Game scheiße Ich weiß es nicht Aber es wäre eine durchaus mögliche Erklärung Aha Ich werde wieder Jekyll nehmen Nämlich nicht Alter Von der Penis kauen Ja Und das einzige aus dem wir Chantos gehört haben Ist das Nugget Penis kauen gehen So ein Hirschhandel Du hast ein Hobby von Von dem Nugget her rausgekommen Ja genau Dig haben wir ja so geil Bei deinem Bewerbungsgespräch In deinem Lebenslauf Hobbys Penis kauen Ich hätt mal richtig boxt Bei so einem Bewerbungsgespräch Einfach nur Scheiße labern Weil man den Job Ich hab'n will Und die einfach so richtig verarschen Wenn in deinem Lebenslauf Der schon drinsteht Den nehm ich Die sind ehrlich Die gefallen mir Yeah Weil der geht Also unten sind wir Unten Echt Ich glaube Da könnten wir sogar was anfangen Ich dachte wir wären oben Nee Ich glaube sogar hier geradeaus Das Fetzchen direkt Ist das hier nicht Direkt Hamam Eingang Hamam 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 Guten Fragen Na又 Hm Hamam Hier auf den Stairs hier, markiert. Top down. Über uns ist glaube ich einer. Ja Legion down. Wollte gerade flanken, komm. Ah der ist oben. Okay. On my position smoke. Geil. Nichts gesehen. Nichts. Absolut nein. Nichts gesehen. Haben wir in 4 Runden, 1 Kill? 1,1,2. Nichts gesehen leider. Sexy, sexy. Aber warum bin ich mit 5,1 so weit hinten. Das finde ich nicht gut. Wir müssen jetzt Hamam gehen. Hamam. Hamam. Bin ich ja gespannt. Also ich musste die Aufnahme angucken, ob ich wirklich Hamam gepickt habe und der es nicht gepickt hat oder ob einfach nur 3 Leute dagegen waren. sehr schön. Ahhhh. Cabera. Ne ich kann hier leider nur meinen Puls nehmen und wenn ich damit keine Kids mache, dann streuen euch herum und grinnen niemanden. Äh. Capcan. Capera. Clash. Clash. Capcan. Capcan. Tachanka. Cavera. Ey fuck it. Was ist das für ein... Oh nein. Oh und auf geht. Hamam. Die Hamam. Also ich brauche... Ich brauche ein Paid hier bei mir. Digga. Gibt es eigentlich so... Alter, eigentlich kommt das so eine türkische Pornodingsmus. Wie die... Wie die heißen die? Ja. Digga. Die Bagel Brothers? Ne. Bagel Brothers? Hier. Wie heißen denn? Egal. So eine Gruppierung. Und wir nennen die Gruppierungen, die einfach so rumlaufen mit so einem Van. Mit so einem Van und Frauenknexen. Also Porn darstellen. Nehmen wir einfach Haramhamam. Hallo, hallo, hallo. Der Haramhamam. Genau. Abfing. Das ist Porno. Türkische Porno. Haramhamam. Ich finde, geschäftst du dir, Alter. Bis zum Schluss. Ihr müsst das jetzt claimen. Tapet euch mal direkt die Seite www.haramhamam.de Jetzt noch mal. 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 Das heben wir noch mal hin. Ja, wieso? Geht doch alles. Jetzt geht alles. Jetzt geht alles. Haramhamham. 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 Oh, hier sind sie schon. Hier kriegst du auch noch mal eine. Oder. Aufhack. Ja, danke. Bei dir. Ahhhh. Uhuhuhuhu. One down. Oh, fuck. Bei Deckhole. Alter, was war das? Bei Deckhole sind schon welche. Uhuhuh. Ich versuche jetzt zu flanken. Oh. 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 Du hast deine Airbag-Zeit, Alter. Nix so lucky. Warm, warm. Oh, 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 oh. Das war einer. Interrogation! Ja! Ja! Nein, meine Kids, wir machen hier. Und ich bin wieder zweiter. Auf die Hibana hab ich so durch die Wand gesprayt, Alter. MVP! Spuckt euch meine Maske an, Alter. Richtig sexy. Und? Ranzoomen. Alter, habt ihr alle gelieft, oder was? Was ist denn los mit denen? 22,4% Alphabet! Ach, ich auch, 22,4. 22,4% und auch nicht. Schade bei euch. Scheiße! Richtig geile Runde, wenn ihr euch gefallen habt, dann gebt einen Daumen da oben. Schaut die Beschreibung auf die Links zu Nugget und OP Killer. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, Abo lassen, Glock aktivieren. Bis zum nächsten Mal reingehaut. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!